Moin Leute, willkommen ein und wir auf mein Kanal. Wir spielen heute World Stars. Wie ihr seht, wir haben Crow freigeschaltet und wir pushen heute Crow auf Rang 25. Heute werden wir es nicht alle schaffen, deswegen machen wir mehrere Episoden, Folgen, wie wir es auch nennen wollen. Lass einen Like und ein Abo da. Macht die 300 Abonnenten voll und wir gehen jetzt in die Runde rein. 10 Likes sind geil. Hört sich wenig an für mich. Wäre das richtig geil. Wie gehen die erste Runde rein? Jane. Hey, so ein Prats. Alle machen sich mal ein Prats. Okay. Ich heiße jetzt so, wie man YouTube-Kanalys ist. Ja, Leute. Auf jeden Fall wäre es geil, wenn ihr drauf ist. Wenn ihr da was hier wird. Ja. Aber ich bin happy. Und deswegen Crow auf Rang 25. Wollen wir in dieser Push-Episode erreichen. Tut mir leid, dass ich lange keine Videos mehr gemacht habe. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht so traurig seid. Get out of here! Aber alles gut. Also, versuch ja den Stu. Ja, ich hab den jetzt auch sehr gut. Der Stu nervt mich. Jetzt kommt noch ein Pam mit viel Cubes. Ich hab auch noch ein Kleid-Cubes. Nein, das ist ja nicht gut. Aber der Stu hat auch so schnell den Ult gehalten. Und ja, wir hoffen auf ein paar Siegel. Sper predictions. Ja, wir machen uns heute los. Okay, so... Let's settle this beat. End by... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin jetzt in der Nähe des Königs. Hey, watch out! Ich bin jetzt in das Käse. Oh. So, jetzt kommt es zum Käse. Hier ist die Käse. Ich bin fertig. Ja Ich habe zwei Wörter, drei Städte gespielt haben. Und wir haben auch eins. Und ich mein, dass die Spielzahl ist aber auch eins. Und ich hab' die Kommentare über die Videos. Und ich hab' auch aufgenommen und gehört. Aber, ähm... Ich dachte nur, ich kann doch sowas nicht online stellen, weil... Ich hatte nur... Und dann in den 100er Anzahl, wo immer 100 sind. Und das werden... ...ein... ...dass wir nicht... ...und... ...und... ...und das genommen keine Schweres mehr. Und dann... ...und jetzt... ...das mir so sein wird... ...und... ...neer Torhau. So... ...der Reinmarkt wurde für mich. Super... ...und... ...und... ...schaut mal aus, ob der es aus der Steck ist. Und... ...ja... ...ich... ...ja... ...dass ich mich. Hey! Wir gehen in die nächste Runde ran. Ne Pen, zwei Stuss. ich habe auf jeden fall Und dann den anderen, den ist der Danny, diesen alten Ketten oder Matrosen, das ist ja irgendwie ein weiblicher geworden, also so ein riesen Matrosen-Skunde, also auf jeden Fall ein alter, älterer so Piraten-Bubbie, ich weiß jetzt gerade nicht, den habe ich auf jeden Fall. Ich darf jetzt nicht, weil der hat so das Ketchup auf den Weg. Ja, hä? Hast du den Kockett nicht? Ja, ich hab den! Ja, geil! Ich hab's auf den Weg. Ja, okay. Das�н Problem hierwan! Ich werde fünf Kupisse này in den Weg gehen. Woah! Mir arrive das in der好了. Im Niedeliga. Imôlei. Wohl, da könnte sich mit力 Um пользоваться. Oh, ja. Ja... Ja, weiß ich inte. Du bist tut aller vita. Jetzt gehen wir direkt in die nächste Drohne rein, let's go! Jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein, let's go! Jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein, let's go! Jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein, let's go! Jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein! 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 Und jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein! Jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein! Jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein! Und jetzt gehen wir direkt in die Drohne rein! Ich drehe dich komplett in die Drohne rein! Jetzt kommt der Entsenz. Und wir sehen wir direkt in die Drohne rein! Das war's für heute. Das war's für heute. NICE PIECE OF WALK! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Letzte Runde jetzt. Und wenn wir die Runde gewinnen, sind wir der nächste Rang. Das wäre natürlich sehr gut. Ein Search. Das ist... Baby. Ich glaube unten in der Mitte. Sprout. Oben bei mir gespawnt ist noch... Narnie. Okay. Sprout. Sprout. Ja. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Du kannst jetzt... Ja, der könnte halt jetzt schon schießen. Du bist getroffen. Das hat auch wenig Nebenanien. Das heißt, die meisten Nachteile an Nani. Weil Nani macht richtig, richtig viel Damage. Und... Wie macht auch viel Damage? Haben wir noch viel abgestaubt? Das ist dann eine Rasse. Oh nein... Ich habe die Rasse zuerst. Ich bin so schnell. Ich bin gut, was ich weiß, was ich hier nicht. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja, also, der zweite Runde weiter ist ganz gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao!